Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Battle, kann man es fast nennen. Nur mal nicht mit Waffen, sondern mit Schiffen. Wir spielen TransOcean 2 Rivals und mit dabei ist der Gambit. Hallo. Und der Francesco. Genau. Oder auch FTT Logistics. Genau, wir können das Ganze auf meinem Kanal gucken hier oder bei Francesco. Genau. Und wir liegen jetzt, ich alle auf Breit. Dann legen wir jetzt los. Ja, wir sind alle bereit, deswegen geht es Backbone. Das ist doch die besten Voraussetzungen. Hol die meisten Siegpunkte, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben glaube ich das gleiche gesagt. Oh Gott. Okay. Also offenbar gefällt es Ding. Oh. So. Dann geht es gleich los. Was für uns jetzt die allgemein... Hier. Ach... Äh... Okay. Es ist das allererste Multiplayer-Spiel. Wir wissen noch nicht wie, wo, was. Achso. Okay. Okay, das ist also... Der Typ labert nicht so viel. Ich glaube, ich fang mal an in... Ich dachte, ihr fangt alle in Hamburg an, deswegen hab ich mal New York gewählt. Ich hab mich ja von Hamburg aus gewählt. Ja, kommst aber leider nicht mehr rein. Tja, war mal schneller. So, dann geht's jetzt... Tobi hat... oder kann man zwei Netzwerke... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier... Ach, mein Schiff tauchen muss erstmal. Muss man auch online machen. Ist ja ein bisschen nervig. Franz... Lavan... Nee, ich kann nicht mal Lavan schreiben. Lavan... Schiff... Kann tauchen. Aber sich mein Schiff nicht mehr. Mein Schiff ist unsichtbar. Egal. Hauptsache das Pferd. Wie sichtbar ist, ist es mir relativ bumpe. Ähm... Dann gehen wir mal zurück in die... Karte... Und machen weiche Auftragsspiel... Und dann gehen wir hier... Wo war das... Kann man das hier nochmal sehen? Hallo! Hallo Anzeige! Anzeige! Kann man nicht schalten. Ähm... Das passt. Aufträge aufladen. Fünf... Ähm... Alles perfekt. Wir sehen... Dann möchte ich gerne, dass du hier stoppst. Und... Justen, ne? Hier war das... Moment, war das jetzt... Ne... Ne... Warte mal, wo sehe ich denn jetzt welche Aufträge ich geladen habe? Bla... Schiff da auf... Wo kann ich denn äh... Sehen welche Aufträge ich geladen habe, Tobi? Weißt du das? Schiffsbericht vielleicht? Ne... Nein, du musst auf Aufwachsliste gehen, beziehungsweise und da hast du halt das Schiff. Ach und da steht da auch wo welche schon... Georgia Ports und... Das ist gut. Ähm... 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 Georgia Ports... Digitalen... Automatisierung... Vier Tage... Ich fahre erst mal zu Kuashin... Ähm... Na wirklich... Das ist ja jetzt nicht... Kuashin... Ab... Kuashin... Na... Kuashin... Regionsmehrheiten wie möglich... Pro gekauftes... Level 1 Schiff... Alles klar... Ähm... 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 So... Ist mal ein bisschen was anderes hab ich mir gedacht... Ist auch frisch rausgekommen das Spiel... Am... Donnerstag? Am... 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 Am Mittwoch... Am Mittwoch, genau... Am 10. Also bei Steam am 10. Aber offiziell am 11. Aber auch am 11. doch nicht wirklich... Also äh... Ganz kompliziert... Naja... Hauptsache es ist draußen... Aber was ist jetzt draußen... Das ist immer gut... Ähm... So... Die 2. Ein Schiff ist angekommen... Ähm... Mal gucken wie lange es brauchen... Wieder abzulegen... Die Preise sind gerade echt... Ein bisschen scheiße hier... Wie sieht's denn in Kapstadt aus... Ähm... Ich weiß mir nicht... Wie die sind... Hast du schon genug Geld für ein Schiff? Na ja... Klar... Für das erste Schiff natürlich... Ähm... Hä? Ich meinte auch nicht das erste... Das man als erstes ein Schiff kaufen sollte... Ist klar... Ähm... Okay... Auf dem Weg könnte ich... Da komme ich noch bei Kiesenports vorbei... Ähm... Als ich fahre... Moment... Sechs Tage... Elf Tage... Das kann ich noch machen... Ähm... So... Aufträge... Und dann möchte ich nach Kiesenport... Ähm... Das ist doch ganz interessant was du erzählst... Wo ist denn Kiesenport? Wo segelst du denn rum? Ich bin gerade in Asien glaube ich... Ja... Also ich bin in... Kommt schnell... Ich bin in Asien Nord... Ach ja stimmt... Du konntest ja in New York... Er ist ja in Hamburg... Tobi ist ja der Schiff... Der das Schiff da oben fährt... Ja... Ich vergaß... Er ist ja in Hamburg... Er... Er ist ja ein echter Hamburger... Hamburger Jung... Keine Ahnung... Ich kann kein Hamburger Rechen erzählen... Moin moin... Was geht? Wunderbar die Fische... Was machst du da? Ich bin ein rechter Amerikaner... Und rede jetzt das ganze Let's Play... In diesem Akzent... Damit ich möglichst alle Zuschauer auch vergraule... Ich bin ja langweilig... Wenn wir Zuschauer hätten... So... Ähm... Okay... Ich finde Kiers... Ich finde Kiers... Ähm... Zweiter Schiff... Kavalier... Ähm... Auftragsliste... Dafür kriegen wir auch viele Punkte... Das ist immer gut... Ähm... Dann können wir auch noch gleich... Ein kleines Stückchen weiterfahren... Genau... Dafür ablegen... Nach... Verklickt... So... Ach komm... Ein bisschen reingewöhnen muss man sich schon... Houston das ist richtig... Ja das stimmt... Ach das fährt schon... Ach das fährt schon das Schiff... Ja dann... Wollte ich aber nicht mehr machen... Also ich brauche jetzt quasi... Äh... Nein Quatsch... 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 Bleib stehen... Bleib stehen Schiff... Ich wollte dir keinen Auftrag geben... Ähm... Was kaufen wir denn noch... Ach da kamen wir dir schon angekommen... Wie kann man denn... Helfen kaufen eigentlich... Wie kann man denn Helfen kaufen eigentlich... Wie kann man denn Helfen kaufen eigentlich... Leute... Was? Wie kann man Helfen kaufen... Helfen? Ne... Aber man kann Zweigesteine kaufen in Helfen... Ah... So war das... Ja meine ich ja... Nearly the same... Ach... Das kostet jetzt 14... Na toll... Warte mal... Da brauchst du halt auch bestimmte RP-Punkte... So sind bestimmte Regionspunkte... Ja... So... Warte mal... Zurück ins... Ach... Schiffftaufen... Ich bin heute besonders kreativ bei den Namen... Das war ein schönes angekommen... Ja... La Bella ist angekommen... La Bella... Fährt das in Italien oder was? Nö... Also... Es ist einfach nur so ein Standard... Oh Scheiße... Oh oh... Ich kriege 8000 Euro schon mal Strafe dafür... Warum denn? Ähm... Ja... Weil ich einen Tag zu spät bin... Ähm... Dann nehmen wir noch einen neuen Auftrag an... Dann hab ich jetzt gleich wieder raus... So... Warte mal... Dann gucken wir mal was wir hier haben... Was können wir denn hier mal für Aufträge annehmen... Fahren wir mal hoch nach... New Orleans... Wie viel haben wir da? Einen Tag... Ja genau... Ähm... Ach... Schaffe ich das in zwei Tagen? Willst du doch gehen oder? Und mal schauen... So von den Finanzen her... Hab ich am meisten Verlust gemacht... So gesehen... Ähm... Mavanna... Sehen wir mal hier runter... Können wir an Mavanna nicht... Noch 69 Tage in der ersten Runde... Wir sind alle gleich hier auf... Oh... Eine Million bekommen... Das ist geil... Das ist geil... Das ist sehr geil... Ähm... Wo kann ich denn jetzt... Ich fahre jetzt nach... Ich fahre jetzt nach... Ich fahre jetzt nach... Nach Halifax kann ich... Ähm... Ach... Ne... Kann ich gar nicht... Ähm... Wir sind starten... Das ist hier in der Nähe... Ich brauche noch mal... Ich brauche noch mal... Weiters... Ich kann den Georgia Ports... Keine Aufträge annehmen... Wo kannst du? Den Georgia Ports... Mit deinem zweiten Schiff... Keine Aufträge annehmen... Warum? Der Fall beladen... Ach... Das ist das andere... Ach das... Ach... Ich hab das andere beladen... Ich bin ja auch... Moment... Fährt jetzt das eine... Ach du Scheiße... Fährt jetzt das falsche Schiff da lang... Das wäre jetzt feindlich... Warte... Ich glaube ich hab das falsche Schiff losgeschickt... Lea... Ähm... So... Das geht ja super los... Ähm... Automatisierung starten... 50 Punkte hier... Und dann 65... Ja... Moment... Das... Das ist jetzt die 20... Jetzt... Jetzt... Jetzt bin ich mal irritiert... Ach... Warum zeigt er mir das denn so an? Warte mal... Automatisierung stoppen... Ja... Ja... So... Du sollst da lang fahren... So... Jetzt aber... Ähm... Automatisierung... Von... Nach... Halifax und nach Quebec... Automatisierung starten... Okay... Boah... Das wird eng... Das wird eng... Ähm... 20... Wo bist du denn? Du... Äh... Ach ne... Kann ich nicht... Das 1... Wie kann ich jetzt zum nächsten Hafen mein Schiff schicken? Wie kann ich jetzt zum nächsten Hafen mein Schiff schicken? Die 1... Ziel aus... Leute... Ziel auswählen und abwägen... Ja... Das ist mitten auf dem See... Wie soll ich das wieder wegkriegen? Hä? Was ist jetzt passiert? Ach... Ach... Das fette nach Halifax... Okay... Das krieg ich gar nicht mehr... Das hab ich gerade gemacht... Wo bin ich hochgekommen? Hä? Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Was fehlt es... Ich hab auf jeden Fall einen Fehler gemacht... Ja... Und ich bin leider ins Minus gekommen durch eine Sache... Weil sie mein Schiff festgehalten haben... Weil... Dadurch hab ich einen... Punkt verloren... Und bin schon wieder im Minus... Ich wollte dich doch verarschen... Ja... Du musst aufpassen... Als wenn du nicht gleich rauskriegst... Nee... Ich hab ja 15 Tage Zeit... Aber ich krieg hier keine Punkte... Hm... Oh... Aber ich war echt die geilste... Ich esse jetzt in der Aufnahme... Entschuldigung Leute... Sollte ja nicht... Das war echt die geilste Aktion... Ich frag mich die ganze Zeit warum mein Schiff losfährt... Was das macht... Ja... Und... Das lag einfach daran... Dass ich... Ähm... Vergessen habe... Oder das falsche Schiff losgeschickt habe... Das... Also ich hab das andere Schiff... Voll beladen... Und das falsche Schiff zu den Hilfen geschickt... Das war schön... Tobi hat gar kein Schiff verkauft... Was? Ja... Nee... Nee... Ich bin zweimal ins Minus gekommen... Achso... 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 Dann hast du für jeweils einen Siegpunkt... Abgeschickt bekommen... Ja... Mach nochmal... Ah... Oh... Doppel Cash bekommen... Ähm... Kissenports... Eine Million... Die können wir doch nach Bangkok... Nee... Ah... Ah... Drei Tage... Ähm... Ist mir egal was mit Hongkong ist... Ähm... Kissenports... 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 Dann nochmal Kissenports... Ey... Auftrag von 1,8 Millionen an Land gezogen... Ähm... Ich fahr jetzt hierhin... Ablegen... Alter... Das war was... Schon wieder ein Minus... Ey... Jetzt hab ich auch einen Riesenauftrag reingekriegt gehabt... Aber... Dinger Pool ist da... Guck mal was in der Nähe von Singapol... Ähm... Und so sind jetzt zwei weitere Schiffe da? Neeee... Oh... Das einer hat nur noch 51%... Wo kann man das denn... Bei ner Wehrhaft ne... Bei dem Ding sehr ne... Ne... Bei dem wo der Reparatur ist... Das hier ist doch ein Reparatur... Ne... Bei Verbesserung... Da... Reparatur... Das ist Reparatur... Aha... Na... Bin ich noch ein... Nur ein Punkt... Ja... Da bin ich richtig... In Schott gekommen... Wie krieg ich Regionspunkte? Mit denen du Auftragträge erfüllst... Ja... Aber mit nem Bulkschiff bekommt man... Ich hab's auch ausgelegt... Dass man ähm... Regionspunkte bekommt... Und die ähm... Mein Bulkschiff ist doch die... Trans Ocean 2... Warte mal... Äh... Die Trans Lavan 2... Nicht Trans Ocean... Trans Lavan 2... Ähm... Ich leg mal ab von Quebec... Und ja... Bei Tankstücken äh... Kriegst du halt... Warte mal... Mehr Prämien als Regionspunkte... Hm... Haben wir hier... Und hier... Und hier... Also mein eigenes Schiff... Schon wieder angehalten... Wegen Zollkontrolle... Ich glaub's nicht... Ah... Schon echt zweimal bei dir? Ja... Aber dadurch wird man echt viel Zeit... Ich hab 1,8 Minuten gerade bekommen... Alter... Krass... Äh... Nach Hongkong... Hat der die Aufträge an Bord? Ach man... Das ist aber auch ein... Übersichtschaos teilweise hier... So... Der hat die Aufträge an Bord... Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd... Wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd... So... Sag mal... Trans Ocean hat die Aufträge... Noch ein letztes Mal nachgeschaut... Ja... Danke... Ich jetzt nicht schon wieder was falsch mache... So... Du darfst jetzt über... Halligrecks fahren... Über New York... Aber wie lange ist denn der jetzt hier... Ähm... So... Danke... Das war ordentlich... Richtig... Du darfst jetzt... Ähm... Du kriegst auch immer Aufträge an Bord... Wie die Trans Ocean... War das jetzt... Hab ich jetzt schon wieder das Falsche Schiff losgeschickt? Dann raste ich immer aus... Automatisierung stoppen... Ja... Mann... Was ist denn los Leute? Hey... Ich komm hier ganz durcheinander... Weil der mir immer die falschen Schiffe anzeigt... Trans Ocean 2... Die ist beladen... Die muss nach Halifax... Gut... Danke... Die Trans Ocean 2... Ich komm hier... Ah... Ich... Ich... Heute nie mein Tag... So... Ist ja schon noch nicht zuzuhören... Ja... Aber wir sind gerade im Februar... Mitte Februar bald... Halifax New York... Oh... Bei der Schiffe kommen fast 3... 2 Teile hier an... Das ist echt ungünstig... Okay... Das ist angekommen... Heißt... Ähm... So... Die Trans Ocean ist da angekommen... Sehr schön... Nach Hong Kong... Gibt's nicht... Ziel auswählen... Okay... Ich muss mal tanken... Die fährt nach... Die Trans Ocean muss trotzdem nach... New York und Toronto pass... Warte mal... Hä? So... Ey... Es ist schon wieder eine Zollkontrolle... Ich glaub's nicht... New York... Georgia Ports... Ich glaub ich hab einfach den falschen Startpunkt aufgegeben... Fährt... New York und Georgia Ports... Fährt... Ähm... Gut... Ablegen... New York und Georgia Ports... Danke... Ja... Automatierung starten... Zack... So... Hm... Da fehlen mir noch neun Punkte... Hier noch ein bisschen mehr... Wo sieht man wieviel Regionspunkte man in einer Region hat? Ähm... Asien Süd zum Beispiel... Dann Klammer... Ach ne... Warte... Das sind die Punkte hier? Ja... Und ich hab noch keinen... In den Klammern... Also da ist in den blauen Klammern dann die Zahl... Da ist 45... Aber diese Rote... Ach ja, weil ich rote Farbe habe... Hm... Ja... So... Kann ich mir jetzt... Mir gibt's den... Wo steht man wieviel Regionspunkte man braucht? Äh... Wenn du aufklickst auf die Region... Ja... Da steht wieviel ich habe... Aber ich brauch wieviel ich brauche... Für... Was ich kaufen... Guck mal... Steht das nirgendwo... Tobi... Ach... Da musst du das ausreden... Ach... 47 von 60... Doch ich hab's gesehen... Das ist nur ein bisschen versteckt... Alles klar... Ah... Das wird nicht klappen... Äh... Busan... Und die beiden... Oh Gott... Die fanden schon beide weiter... Äh... Äh... Annehmen für 1,2... Ähm... Und ich möchte erst nach Shanghai... Äh... Ey... Ey... Die Austräge in Asien... Wahnsinn... Man kriegt richtig viel Geld... Obwohl... Obwohl ich auf... Äh... Auf... Die Regionspunkte ausfüllen... Und nicht auf die Prämien... Ich hab ja geringere... So... Meine Schiffe fahren jetzt ein bisschen... Gleich hin... Da ankommen... Und dann könnte ich die auch wieder losschicken... Ich schick meine Schiffe auch immer in die gleiche Region... Das ist glaub ich der Fehler... Aber dann komm ich mal durcheinander... Ich schick dir jetzt gleich mal das eine nach Süden... Das andere nach Norden... So... Und mal gucken... Der 3... Also die Twins Old Laval ist angekommen... Genau... Die Twins Laval soll jetzt einmal nach Süden... Das heißt... Die darf nach... Nach Süden... Habe ich mal wieder nichts jetzt zwischen Schindl... Okay... Gucken wir mal 8 Millionen... Geben wir das... Was? 8 Millionen... Und das... Standard so ähnlich da... Ich vielleicht... Dreh's doch falsch rum... 750.000... Ey die... Äh... Nach Busan... Nach Busan... Nach Busan... Ähm... Busan hab ich nur 1... Hab ich in der Nähe von Busan noch was... Ähm... Nee... Auftrag annehmen... Ablegen... Er ist jetzt ein cool... Lamanro... Erst nach Havanna... Und dann nach... Dankeschön... Jetzt wollen wir das richtige Schiff? Ja... Die Franz... Narvan 2... Die darf jetzt nach Norden fahren... Ach... Habe ich dir... Sind das denn da Scheißaufträge hier... Neuer... Ab wann kriegt man diesen Regionsportal? Wenn diese... Angezeigte Mehrheit... Überschritten wird oder wie? Weiß ich auch noch nicht... Hab ich auch noch nicht wirklich herausgefunden... Weil irgendwie... Ich hatte glaube ich mal Regions... Ich weiß es auch nicht... Aber ich hatte jetzt Regions... Dings da... Mehrheit... Aber ich glaube man muss dann halt... Was kaufen da... Ich bin gerade in Busan... Glaube ich... Äh... Verbreitet... Troopalers glaube ich... Neuer... Upgrade... Und dann... Ne... Quatsch... Ich muss ja hier... Moment... Zurück... Zweigstelle... Äh... Zweigstelle war das... Ähm... Peace and Force... Kriege ich hier nicht noch was hin... Ne... Aber dafür nochmal nicht hier hin... Aber wenn man die Hauptstadt... Also wenn man da seinen Hauptpunkt Sitz hat... Dann kriegt man doch nur Automatik... Oder... Muss man sich das auch noch verkaufen... Ähm... Labeh... Äh... Labeh... Labeh... Nach Mook... Komm, ich nicht ganz ehrlich... Ähm... Ja, wenn man es einmal kapiert hat. Hast du nicht in Hamburg gestartet? Nein, du nicht. Kann man da auch Sachen kaufen? Da könnte ich auch noch was kaufen. Komisch. So, jetzt kapiere ich nicht. Warte mal, jetzt stehen die beide. Du bist in New Orleans, ja? Kommen wir mal weiter. Wohin war ich drin? Ist das jetzt die Trunch aus dem 2? Die ist einfach in Norden, ne? Fahr du nach New York, nach New York, nach Deutschland. Aufträge... Ja, das machen wir. Aufträge aufladen. Ähm... Und dann, das war die... Trans Ocean 1. Da hat keine Sache an Bord, ne? Das ist die Trunch aus dem 2. Die hat noch New York und... Und die Trans Ocean 2. Die soll nach... Warte... Das ist aber echt... Boah... Daughterports und New York. Ähm... Das 1 Schiff... Die fällt da... Ach, wenn man auf das Schiff schaut... Auf das Schiff... Das Schiff ausfällt jetzt immerhin die Route. Mh... Die sind mir da aufgefallen. 622... 622... 622... Die muss jetzt... Die... Das ist hier... Nach... Gerschwung... Die muss jetzt runter nach... Was ist los? Warum mit dem Minus? Ach ne... Würde! Strafe! Gut... Doch... So... Nach Algerien fährt das hier genau... Da komm ich... Das fährt... Das fährt... Johann vorbei... Nochmal gucken... Ja, das ist die Twans Lavan... Die soll jetzt noch... Ablegen... Dann kann ich auch noch mal... In Fort Sand anhalten... Und... Ach quatsch... Nein... Aufdeck... Die fährt sogar schon automatisch weiter... Die hast du noch kurz da gehalten... Fährt die jetzt hin... Ähm... Twans Lavan... Ne quatsch... Was ist denn... Ach... Leute... Die Twans Lavan... Die... Soll... Nach... Havanna... Und nach... Da... Ne... Die ist... Fährt da doch schon hin... Das ist die Twans Lavan... Die fährt da hin... Ja... Ja... Warum steht die denn noch? Was ist denn hier? Und... Es ist doch ein Bug drin bei mir! Es ist doch ein Bug drin bei mir! Ich würd mal vielleicht auch ablegen... So... Und Balboa... Jetzt gehen wir auf Twans Lavan... Die Twans Lavan soll fahren... Automatisiert... Nach... Havanna und Bilboa... Ja... Warum fährt die denn nicht? Weil die Automatisierung starten solltest... Gut... Habe ich gestartet... Jetzt... Jetzt gucken wir auf das zweite Schiff... Die Twans Lavan 2... Die fährt nach... Ja... Yay... Neue Reaktion... Hallo... Ich bin auch da... Ja... Achso... Weil einfach irgendwie Schille war... Keine Reaktion war... Okay... Nur noch 24 Tage... Dann ist die erste Runde durch... Alle Ruhe konzentriert... Ja... Scheinbar... Das ist gleich schon mal da... Die Labelle... Ja... Wir müssen jetzt aber trotzdem noch beide weiterfahren... Ne... Die ist noch weiter... New York... Die ist in New York... Gut... Die kann dann... Von New York wieder... Auftragsliste... Darf nach oben nach Halli... Warte mal... Ist das jetzt die richtige... Die in New York ist? Twans 2 ist in New York... Genau... Die darf jetzt... Hoch nach Halifax... Ach... 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 Ich muss in Algerien auch... Aufträge annehmen... Was ist das? Hast du? Ja... Da fahr ich gerade hin... Ja... Da fahr ich nämlich auch hin... Aber du bist ja gerade hier nach Diensten... Nach Dien... Nach Dien... Am Barrensiden Limani... Soll... Oh... Hier sind ganz tricky Aufträge... Hier sind... Soll ich Spulware nehmen? Nein... Ich muss tanken... Ich muss richtig tanken... Ich hab noch 9 Tonnen Tankung... Ähm... Dem Dings da... Oh... Nach Sydney... Das ist mir glaube ich ein bisschen zu risky... Nach Colombo... Machen wir mal hier so ein bisschen... Nochmal nach Colombo... Aufträge annehmen... Wir hätten jetzt 4 Millionen... Es wird verdammt eng... Und es ist noch riskant... Ich hab jetzt gerade... Schmuggelbacher angenommen... Schmuggelbacher angenommen... Wenn es rot ist... Dann ja... Ja... Aber es wird... Es ist gerade echt... Oh... Es ist ne kurze Strecke... Mehr oder weniger... Ich hoffe ich werde nicht... Ich bin... Oh... Ich bin da unten bei Madagaskar... Bei Colombo bin ich da... Muss ich hin... Also ich wurde... Bis jetzt wurde ich nur angehalten... Hier bei... Bei... Äh... Bei Italien da... Ähm... So... Jetzt muss ich immer noch nach Algerien... Mit dem Scheisschiff... Nochmal Schmuggelbacher... Komm... No risk no fun... Come on... We need that fucking money... Und noch 17 Tage... Noch 17 Tage... Dafür brauchen wir gehen... Oh... Einer ist im Pulpo jetzt... Da ist das... Jetzt hab ich da wieder drauf gedrückt... Wollte ich auch nicht... So... Duschschiff... Hier unten... So... Duschschiff... Hm... Ne... Du kannst nicht nach neun... Du musst da einmal... Muss das Schiff... Ah... In der Zeit... Wo man nix machen muss... Aber man weiß... Mal zwei Schiffe... Mit Schmuggelware unterwegs... Ah... Ich kann mich ja schon mal... Ein bisschen umschauen... Was mit dem Upgrade so ist... Waaat? Kein Schiff... Super gut zu wissen... Haha... Oh... 14 Millionen... Äh... Woher das denn? Ach ja... Genau... Pro Woche... Genau... Hm... Hongkong... Wollen wir mal schauen... Ich will da noch ein Schiff kaufen... Ähm... Ich möchte bitte nur Klasse 1 angezeigt haben... Denn das ist gerade die Challenge... 11 Müll... Und 10... Äh... 33 Tage... Kann der Schiff kaufen... Zufälliger Name... Pacific Perth... Äh... Pacific Perth... Pacific Perth... Ähm... Okay... Nach Shanghai... Und nach Russland... Äh... Haben wir noch was... Ne... Aufträge... Und ab nach Shanghai... So... Da haben wir zumindest... Oh... Konfessionstrafe 291... Ey... Ich habe 4,8 Millionen eingenommen... Und muss 300 Strafe zahlen müssen... Oh... Schmuggelware ist doch schon mal... Äh... Schmuggelware kann praktisch sein... Es ist aber auch riskant... 750 hierhin... Wird doch schon um die Ecke... Ähm... 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 Oh... Moment... Wo bin ich denn? Da fahr ich hin... Ja... Dann könnte ich... Rein theoretisch gesehen... Auch diese beiden noch annehmen... Ähm... Äh... Aufträge laden... Ablegen... Nach Indien... So... Wo waren damals dann gleich nochmal die Regionspunkte? Jetzt bin ich wieder zu blind... Ach da! Die Runde endet in 10 Tagen, okay? Ja... Du bist im Moment am Führen, okay? Ich muss ja schon fast wieder tanken in diesen Scheißländern... Du... Ach Quatsch... Du stehst in New Orleans... Dahin, dahin, dahin... Und... Du darfst... Das ist die 2, die steht in New Orleans... Ja? Ich darf... Warte mal... Nach Russland fährt dieses Schiff... Äh... Ich hab nichts mehr in Richtung Russland... Ich hab nichts mehr in Richtung Russland... Ach... Was hast du denn Russland dafür? Das ist alles in der falschen Richtung... Äh... Ziel auswählen... Ach, Mist... Äh... Wo ist jetzt Russland? Das war das, ne? Ja... Ja... Ich glaub ja... Ja... Was muss rot sein, damit es Schmuggelwache ist? Ja... Das ganze ist... Äh... Rot hinterlegt dann... Wie... Du meinst das hier? Ne... Da hast grad keinen... Zeppel... Zeppel... Da krieg ich nochmal 200... Da krieg ich auch nochmal Geld... Ähm... Aufträge... Ablegen... Sag mal... Oh... Tobi holt auf... Tobi holt auf... Ja... Wie machst du das? Mit dem ich Schiffe kaufe... Ach so... Ah... Kann man auch... Muss man auch nicht nach... Man muss von einem... Ah ok, gut... Ja, ich glaub ich hab das... Eine Schiff hab ich mir verkauft... Da hab ich... Äh... Hab ich... Zu hohes... Klasse... Äh... Zu hochklassiges Schiff gekauft... Ja, wie soll ich dir jetzt so ein Schiff kaufen? So... Ach... Die... Desslich steht schon wieder in Houston... Ok... Schon wieder wächst zu tun... So... Dann darfst du weiterfahren... Nach... Oh... Havanna... Geil... Höh... Beachtlich niedrig... Schön... Ähm... Ast... Da kann ich gar nicht ausbrechen... Ähm... Auftragsliste... Nach... Singapur... Ja... Schön... Geh immer nicht auf den Nehren damit... Was weiß ich ja schon mittlerweile... Äh... Singapur Aufträge... Ablegen... Och Gott... So viele Schiffe, dass ich jetzt schon wieder machen kann... Ähm... Schiff auswählen... Cavalier... Der ist ein Jevel Air... Ähm... So... Nach... Sali... Können wir kurz fahren... Dann weiter nach... Jidda... Dann nochmal nach Jidda... Äh... Nochmal nach Jidda... Und... Aufträge... Und... Ablegen... Erstmal nach Sali... Sali... Da kriege ich ne Menge Geld für... Das dauert aber auch Arsch lange... Da kann ich nochmal einen Busan anhalten... Ähm... Aufträge... Ablegen... Das war wieder 5 Millionen... Ach Gott... Ich komme auch nicht mehr hinterher... Das hat aber keine Menge zu tun... Ähm... Erstmal Tang... Ey... Ich habe hier gerade 3 Schiffe... Die auf... Die auf Befehle warten... Das ist ein Scheiß... Ja... So... Das kenne ich den Habana... Hamburg... Rotterdam... Auf... Und bitte tanken... Ja... Ablegen... Wollen wir denn gute Aufträge hier auf... Ja... 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 Wollen wir den ganzen Tag... Runde endet... Scheiße... Ja gut... Juhu... 別 Mommy... BCH... AKEăng... många Pientes... BCH? BCH? ACHRABLE COMBRE Kai... cerraining... ACHRABLE COMBRETER fortunately... BCH? And... ACHRABLE COMBRETERS. FOLLOWING victim... ANCHRABLE COMBRETERS.. Des spé monster temas... ACHRABLE dis Architecture... Life tert mes... ernes... BCH? esagers... ... anch Missouri... Bis zum nächsten Mal.